So wird hier noch immer gefeiert im Arnold Schwarzenegger Stadion. Ein tolles Fest hier mit der Meisterschale, die der Markus Schopp jetzt eben wieder in die Höhe. Markus, wie wird denn jetzt weiter gefeiert heute noch? Na gut, unser Programm ist eh vom Präsidenten festgelegt. Für selbstständiges Feiern ist heute leider keine Zeit, aber das werden wir morgen und übermorgen nachholen. Das heißt, es sind jetzt einige Feiertage für Sturm? Naja, sicherlich. Ich meine, das gehört gefeiert, da braucht man gar nichts sagen. Aber wir wissen auch, dass wir nächste Woche ein sehr, sehr schwieriges Teamspiel haben in Israel. Und ich glaube, das werden wir nicht aus den Augen verlieren und dementsprechend werden wir noch ein bisschen zügeln. Danke vielmals, Markus Schopp. Und das Schlusswort für den Trainer, für den fußballweisen Ivica Osip. Dieser zweite Titel, freut sich der noch mehr als der erste? Ja, das war, das konnte man erwarten. Das war viel, viel schwerer. Hoffentlich verdient, obwohl das war sehr schwer. Und da glaube ich schon, dass Rapid und GAK lange Zeit, sie haben auch viele Chancen gehabt, Meister zu sein. Aber das Problem ist schon jetzt, dass wir müssen schon denken, was wird morgen. Weil die Meisterschaft beginnt wieder in einem Monat. Und bestätigen etwas, das ist immer schwerer, als etwas zu schaffen. Haas wird den Verein verlassen, voraussichtlich. Was wünschen Sie sich jetzt für Spieler? Ich muss zuerst etwas sagen, dass ich persönlich, muss ich mir bei Mario bedanken. Was alles hat er in fünf Jahren geschafft und geleistet, das ist wirklich wert. Und für mich persönlich, das ist ziemlich traurig, wenn ein Spieler geht, aus schon bekannten Gründen. Aber so ein Spieler auch zu ersetzen, das ist auch sehr schwer. Danke vielmals, Evica Osim und damit zurück nach Wien. Ja, dann danke ich dem Hans Huber, danke Ihnen fürs Zuschauen. Das war die letzte Max-Bundesliga-Sendung dieser Saison. Es geht noch heute Nacht weiter mit den Feiern. Wir zeigen das auch in der Zeit in Bild 3. Und morgen natürlich im Sport am Sonntag ab 18.30 Uhr weitere Feierlichkeiten rund um die Meisterschaftsentscheidung. Für heute wünsche ich einen schönen Abend. Viederschauen. Dance with me I love it I love it ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020